Ja, okay. Nächste Programmvorschau am Start. Mich jetzt wieder für dieses Bildchen entschieden. Kommt auch ziemlich am Ende raus. Aber, oh Gott, ne. Was dann heute wieder dann hier am Start war. Meine Fresse, meine Fresse. Könnt ihr dann gerne schauen bei VK, Bitshoot, Odyssey Rumble. Und die sich den entsprechenden Link bei Wittnews TV aufrufen. Die gewünschte Plattform aufrufen. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.